So, heute melde ich mich mal aus dem Aufzug. Es gibt den der, der mit dem Wolftanzen den Aufzug postet. Wie ihr seht, alles passt, die Form wird am Wochenende für die Deutschen Meisterschaft statt. Somit, glaube ich, haben alle soweit im Griff und es gibt nichts zu meckern. Auch die Beinchen sollten entsprechend gut sein. Auch hier, alles so wie es sein sollte. Also, bis bald.